Ja hallo, hier ist euer David, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, nämlich der am 15. April um 18.30 Uhr startet das Let's Play zu GTA 5 und um 19 Uhr dann kommt da die erste Folge GTA Online Online und ja, da müsste es nochmal stehen, ja 15. April 18.30 Uhr die erste Folge von GTA 5. In der Beschreibung steht es ja auch nochmal, falls für die Leute, die es sich immer noch nicht gemerkt haben. Ja, jetzt kommt dann gleich die Endcard, deswegen mache ich jetzt mal Schluss und ich danke vielmals fürs Zuschauen und ciao. Vielen Dank.